In diesem Video geht es heute um das Multiplizieren von Summen und Differenzen. Du siehst hier einen Term vor dir. Dieser Term enthält eine Klammer und in dieser Klammer ist eine Summe 3 plus 7a. Vor der Klammer steht 5 mal. Dieses 5 mal gilt aufgrund der Klammer sowohl für den 3a als auch für die 7a. Wir müssen diese Klammer nun also ausmultiplizieren. Beim Ausmultiplizieren muss die Zahl vor der Klammer mit jedem Element in der Klammer multipliziert werden. Also 5 mal 3 und 5 mal 7a. Wir erhalten dann 5 mal 3 ist 15 plus 5 mal 7a sind 35a. Weiter vereinfachen können wir hier nichts. Wir sind also fertig. In diesem Beispiel haben wir nun eine Differenz in der Klammer. Das ändert aber nichts an der Methode wie wir die Klammer ausmultiplizieren. 2 mal 7b 2 mal minus 4 und wir haben dann 2 mal 7b sind 14b weniger 2 mal 4 sind 8. Da wir nichts mehr zusammenfassen oder vereinfachen können sind wir wieder fertig. Nun haben wir die Variable vor der Klammer. Wir machen also wieder das gleiche wie zuerst. 5x mal 5 5x mal die plus 7 5x mal 5 sind 25x plus 5x mal 7 sind 35x Hier können wir nun noch weiterrechnen, da wir sowohl im ersten Ausdruck ein x haben, als auch im zweiten Ausdruck. 25x plus 35x ergeben nun 60x. Bei diesem Term wird es nun schon ein bisschen komplizierter. Wir haben ein x vor der Klammer und ein a in der Klammer. Das sollte aber für dich auch kein Problem mehr darstellen. 4x mal die 2a 4x mal plus 8 4x mal 2a 4 mal 2 sind 8 x mal a sind ax Ich schreibe es gleich alphabetisch geordnet. Zweites Element 4x mal 8 4 mal 8 sind 32 also plus 32x Zusammenfassend können wir in diesem Fall nichts mehr, da beim ersten Summanden a x steht, beim zweiten Summanden nur x. Wir sind also auch mit dieser Aufgabe wieder fertig. Diesen Hefteintrag schreibst du bitte wieder in dein Schulübungsheft. Die Begleitaufgaben findest du unter dem Video in der Videobeschreibung oder unter der Präsentation auf der Homepage Mathematik Rocks. Wenn du Fragen hast, haben wir dafür Zeit in der nächsten Mathematikstunde und darauf freue ich mich schon. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020